Herzlich willkommen zu dem Adventskalender 2022. Wir starten heute mit dem ersten Video und es wird ab sofort, bis Heiligabend, jeden Tag ein Video hier auf YouTube geben. Und es wird jeden Tag auf meiner Webseite beim Adventskalender eine Verlosung geben. Falls du dich also noch nicht angemeldet hast für den Adventskalender, dann hol das jetzt einfach nach. Und falls du das Video jetzt vielleicht auch nicht am 1. Dezember siehst, du kannst dich auch am 8. Dezember noch anmelden und bist ab dort für die täglichen Verlosungen dann registriert. Heute gibt es im Adventskalender den Videokurs Berliner Dom mein Workflow zu gewinnen. Zweimal, also zwei Leute haben die Chance dazu. Und alles, was du dafür tun musst, ist tatsächlich dich einfach nur über den Link in der Videobeschreibung einmal zu registrieren. Und ich habe heute noch was zu feiern, denn heute ist auch mein neuer Videokurs rausgekommen. Lightroom für Landschaftsfotografen. Quasi der dritte Teil inzwischen, der von der Lightroom-Serie rausgekommen ist. Ich habe ja Lightroom für Anfänger, Lightroom für Fortgeschrittene und jetzt Lightroom für Landschaftsfotografen. Ich habe auch überlegt, ob ich Lightroom für Profis nenne, aber irgendwie gefiel mir der Name dann doch besser für Landschaftsfotografen. Aber im Endeffekt ist es für Lightroom-Profis, also für die Leute, die schon länger mit Lightroom arbeiten und jetzt wirklich in die tiefste Materie einsteigen wollen. Es geht vor allem darum, dass wir viel lokal arbeiten, also mit Masken und gar nicht mehr so viel global mit den Reglern. Und dort steigen wir richtig tief in die Materie ein. Wir haben verschiedene Workshops, verschiedene Bilder, an denen wir arbeiten. Und dieser Kurs ist richtig gut geworden. Ich bin da richtig stolz drauf, weil da wirklich auch eine Menge Arbeit dahinter steckt. Und ich zeige dir heute auch einfach mal ein Kapitel aus diesem Kurs, damit du dir ein besseres Bild davon machen kannst, ob sich dieser Kurs für dich dann auch am Ende lohnt. Der Link zu dem Kurs ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung drin. Und es gibt ja aktuell auch 20% Rabatt in der Weihnachtsaktion. Das heißt, du kannst auf diesen Kurs direkt mal 20% bekommen. Und ich denke, du solltest zuschlagen. Aber schau dir jetzt erst mal das Kapitel an. Viel Spaß damit. Die Überarbeitung dieses Bildes, darauf freue ich mich eigentlich mit am meisten, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfotos ist, die ich jemals gemacht habe. Und dazu so eine kleine Hintergrundgeschichte. Wenn du mich länger auf YouTube verfolgst, kennst du die vielleicht auch schon. Aber es war tatsächlich so, ich war mit einem guten Kumpel verabredet. Wir wollten an der Rarkotzbrücke fotografieren. Es ist so, dass ich ungefähr zwei Stunden von mir zu Hause dorthin fahre. Und Sonnenaufgang war ungefähr gegen 5 Uhr, würde ich mal schätzen. Und vielleicht war es auch halb sechs. So jedenfalls hätte ich um 3 Uhr aufstehen müssen, um loszufahren. Habe natürlich verschlafen. Und mein Kumpel ruft mich dann irgendwann um 3 Uhr 45 ungefähr an. Und hat gefragt, hey, sag mal, ich habe noch gar nichts von dir gehört. Bist du aufgestanden? Bist du unterwegs? Und ich habe so gedacht, oh nein, jetzt habe ich es tatsächlich verpasst. Und habe überlegt, bleibe ich jetzt einfach liegen, weil es lohnt sich eh nicht mehr. Oder fahre ich noch los? Und ich habe mich dann zum Glück entschieden, loszufahren. Weil ich habe an dem Tag wirklich eine der schönsten Sonnenaufgänge erlebt, die ich jemals gesehen habe. Und ich hatte tatsächlich, als ich dann dort angekommen bin, genau 5 Minuten Zeit. Also ich bin wirklich hingekommen. Ich habe die Kamera ausgepackt. Ich habe einmal kurz aufs Stativ rauf, einmal ausgerichtet, Foto gemacht. Boom, das war es. Also keine 2 Minuten später war das Licht nicht mehr so schön. Es war wirklich genau der richtige Moment. Ich bin da 2 Stunden hingefahren, knapp. Habe die Kamera ausgepackt, habe das Foto gemacht. Und es war vorbei. Also ich hatte so viel Glück in dem Moment. Es war wirklich unfassbar. Und ich erzähle die Geschichte auch sehr, sehr gerne. Weil das auch immer wieder zeigt, dass man, ja, wirklich seine Chancen nutzen sollte und immer auch losfahren sollte. Und nicht von vornherein, ha, das wird eh nichts und so. Sondern macht was draus. Probiert immer wieder was draus zu machen. Manchmal ärgert man sich danach, weil man den perfekten Moment für so ein Landschaftsfoto verpasst hat. Ich kann dir also nur empfehlen, da wirklich immer auf der Hut zu sein. Und immer darauf zu lauern, das perfekte Landschaftsfoto zu machen. Wie auch immer, ich habe jetzt dieses Foto hier, weil ich das mit dir bearbeiten möchte, hier in Lightroom. Es ist ja tatsächlich auch schon fast 6 Jahre her. Doch, ich überlege gerade, vor 6 Jahren habe ich dieses Bild gemacht. Also die RAW-Datei ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, damals war es noch eine D800, mit der ich fotografiert habe. Ich müsste mal selber nochmal nachschauen. Steht jetzt hier leider nicht drin. Müsste ich nochmal in den Exif-Dateien nochmal genauer nachschauen. Aber wie dem auch sei, ich habe mit 50 mm mit einer Festbrennweite fotografiert, Blende 8, ISO 100 und eine 15. Sekunde war es jetzt in dem Moment. Ich glaube, ich hatte keinen Filter drauf hier, also keinen Verlaufsfilter für den Himmel. Das heißt, es ist alles wirklich so direkt aus der Kamera heraus fotografiert. Das Licht war noch so, dass wir jetzt hier auch wirklich die volle Bandbreite des Histogramms ausgenutzt haben, ohne dass was ausbrennt. Also hier auf der linken Seite schlägt es ganz leicht an, aber hier auf der rechten Seite zum Glück gar nicht. Also wir haben alle Informationen drin. Es ist wirklich eigentlich so gesehen die perfekte RAW-Datei. Okay, ich will mich jetzt hier nicht zu sehr selber loben, aber es ist tatsächlich schon wirklich, ja, perfektes Ausgangsmaterial eigentlich, um hier eine schöne Bearbeitung hinzulegen. Und damit würde ich jetzt einfach mal starten. Am Anfang wieder die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Allein das macht ja schon ein bisschen was aus hier im Bild. Und dann gehe ich als nächstes direkt in die Grundeinstellung rein. Und du wirst, wenn wir nachher dieses Vorher-Nachher von diesem Bild sehen, natürlich einen Extremunterschied sehen. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe den Weißabgleich in diesem Bild nicht wirklich eingestellt. Also ich hatte den noch irgendwie vom letzten Shooting drin. Und dieser Weißabgleich, der stimmt halt einfach nicht so ganz. Der ist halt schon ein bisschen zu bläulich eigentlich. Ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich hier auf automatisch klicke. Ja, da sieht man schon, auch wenn ich auf automatisch gehe, dann wird das ganze Bild schon ein bisschen wärmer. Und es war eigentlich noch viel wärmer. Also der Sonnenaufgang, der war so unfassbar episch. Da sind so tolle Farben bei rumgekommen. Man sieht es ja hier schon im Ansatz, dass diese Wolken ja super angeleuchtet wurden hier von der Sonne. Und das können wir jetzt hier in diesem Bild natürlich noch sehr viel mehr herausarbeiten, als es überhaupt schon da ist. Weil man muss ja natürlich immer sagen, der Kamerasensor, der sieht ja nicht das, was das menschliche Auge sieht. Also das menschliche Auge hat einfach einen viel höheren Dynamikumfang, dadurch, dass es sich super schnell auf verschiedene Dinge fokussieren kann. Und das kann halt ein Kamerasensor nicht. Und von daher, dieser Unterschied zwischen Licht und Schatten, den kann so ein Kamerasensor natürlich nicht so darstellen, wie das menschliche Auge. Von daher würde ich jetzt hier auch in dem Fall den Himmel etwas abdunkeln, hier den Vordergrund ein kleines bisschen heller machen, dass man da noch ein bisschen mehr Details sieht. Und wenn wir das alles so ein bisschen angeglichen haben, dann wirst du sehen, welche Farben da eigentlich zum Vorschein kommen. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich würde tatsächlich vielleicht auch mal erstmal anfangen damit, dass wir den Himmel jetzt ein bisschen abdunkeln. Und deswegen fange ich jetzt gar nicht in den Grundeinstellungen an, sondern gehe erstmal direkt ins Maskenmenü rein und sage dann, ich möchte den Himmel auswählen. Dann wird Lightroom hier automatisch auch den Himmel auswählen. Ein bisschen problematisch an dieser Stelle ist natürlich, dass wir jetzt hier auch eine Spiegelung von dem Himmel drin haben. Wir verändern den Himmel jetzt ja nicht irgendwie von der Struktur oder so, sondern wir machen ihn ja nur ein bisschen dunkler. Aber man sollte trotzdem immer darauf achten, dass das natürlich zum Problem wären könnte. Wenn ich den Himmel hier oben bearbeite, müsste ich ihn auch theoretisch hier unten bearbeiten. Nur so viel erstmal am Rande. Ich werde jetzt im ersten Schritt den Himmel insgesamt ein kleines bisschen abdunkeln von der Belichtung her. Also ziehen wir jetzt hier einfach mal so eine halbe Blendenstufe, vielleicht sogar ein bisschen mehr, erstmal runter. Und im zweiten Schritt werde ich eine weitere Maske erstellen, wieder den Himmel auswählen. Und diesmal das Ganze aber noch mit zusätzlich einem Verlaufsfilter quasi als Schnittmaske erstellen. Das heißt, dass ich dann hier den oberen Bereich nochmal dunkler mache als den unteren Bereich. Wenn ich eine Schnittmaske erstellen möchte, dann muss ich die Optionstaste bzw. die Alt-Taste bei Windows einmal drücken. Und dann kann ich hier eine Schnittmenge bilden. Schnittmenge bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass ich zwei einzelne Masken erstelle. Also zum einen habe ich jetzt hier die Himmelsmaske und zum anderen werde ich jetzt hier einen Verlaufsfilter erstellen. Und überall dort, wo beide Masken angewendet werden, an diesen Stellen, ist dann die Hauptmaske auch noch aktiv. Also wenn ich jetzt nur in einer Maske eine Stelle habe, dann wird die dann in dieser Schnittmenge nicht mehr zu sehen sein am Ende. Ich packe das jetzt hier einfach mal drüber, diesen linearen Verlauf mit gedrückter Shift-Taste auch noch mit dazu. Und ziehe das jetzt hier von oben nach unten einmal so durch. Und jetzt haben wir, wie gesagt, hier eine Schnittmaske. Die Maske 2 ist insgesamt eine Schnittmaske. Wir haben einmal den linearen Verlauf und wir haben einmal die Himmelsmaske. Kann ich jetzt hier auch sehr schön sehen, wenn man jetzt hier rüber geht. Und man sieht es jetzt auch schon sehr schön, wenn ich jetzt hier einmal nur auf Himmel gehe. Dann haben wir dieses rote Overlay nur von dem Himmel. Wenn ich einmal auf den linearen Verlauf gehe, dann sieht man, dass hier rechts und links auch die Bäume tatsächlich mit von diesem linearen Verlauf beeinflusst sind. Aber in der Gesamtmaske ist es dann wieder nicht mehr so, weil nur der lineare Verlauf darauf zieht, aber nicht die Himmelsmaske. Und deswegen ist in der Gesamtmaske dann auch wirklich nur das, wo der Himmel abgebildet ist und der lineare Verlauf reinbildet, dann im Endeffekt das, was die Gesamtmaske ausmacht. Also das ist sehr, sehr cool. Mit Schnittmasken kann man hier wirklich super toll arbeiten. Und das ist jetzt auch so, dass ich hier nochmal die Belichtung etwas weiter runterziehen werde. Packen wir sie mal so auf minus 0,8 ungefähr. So, jetzt haben wir das insgesamt schon wesentlich besser angeglichen. Wir könnten natürlich jetzt hier auch eine weitere Maske nochmal erstellen. Und diesmal einen linearen Verlauf von hier unten auch nochmal reinziehen. Und was ich jetzt hier machen kann, da kann ich jetzt natürlich nicht den Himmel auswählen. Was ich hier aber machen kann, ist auch wieder eine Schnittmaske erstellen mit gedruckte Options- oder Alt-Taste. Schnittmenge erstellen und diesmal nehme ich den Luminanzbereich. Und ich habe ja hier in dieser Spiegelung genauso die Bäume drin wie hier oben auch. Und man sieht ja auch schon relativ deutlich, dass diese Bäume wesentlich dunkler sind als der Himmel. Sowohl in der Spiegelung als auch in echt. Und wenn ich jetzt mit einem Luminanzbereich arbeite, der also auf Grundlage von Helligkeiten arbeitet, und dann die dunklen Bereiche hier mal rausnehme, das werde ich jetzt hier einfach mal tun, dann siehst du, wie auch in der Spiegelung von Geisterhand auf einmal das Ganze nicht mehr zu sehen ist. Und dann kann ich auch hier sehr schön in der Spiegelung nur den gespiegelten Himmel quasi bearbeiten und könnte den jetzt auch wieder ein kleines bisschen abdunkeln. So, perfekt. Also das hat schon mal sehr, sehr gut geklappt. Und diese Masken, die werde ich mir jetzt natürlich hier auch noch erhalten. Die werde ich jetzt vielleicht auch mal umbenennen. Also ich nenne das Ganze jetzt hier einfach mal Himmel komplett. Die zweite Maske, die war ja mit der Schnittmaske. Die nenne ich jetzt einfach mal Himmel Verlauf. Und die dritte Maske, die nenne ich jetzt mal Himmel gespiegelt. So, dann weiß ich jetzt nämlich auch immer noch, welche Maske welche Funktion überhaupt hat. Jetzt gehe ich aus diesem Maskenmühe erstmal wieder raus. Und jetzt gehe ich als nächstes in die Grundeinstellung hier rein. Denn jetzt habe ich erstmal so ein bisschen die Helligkeiten angeglichen. Und jetzt kann ich in dem gesamten Bild arbeiten. Jetzt kann ich also mal anfangen, die Tiefen hier noch etwas aufzuhellen. Die packe ich jetzt hier mal so auf plus 40 ungefähr. Ja, ich will jetzt nicht zu viel machen. Ich will nur auch gerne dieses Grün hier so ein bisschen herausarbeiten. Also es soll schon überall diese Struktur haben. Aber das Histogramm sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Wir stoßen jetzt hier auf der linken Seite nicht mehr an. Aber trotzdem ist dieser Ausschlag noch relativ weit hier drüben. Es soll auch relativ dunkel bleiben. Aber trotzdem möchte ich überall diese Strukturen und diese Details natürlich trotzdem beibehalten. Ich kann auch insgesamt die Lichter noch etwas abdunkeln. Sieht man auch sehr schön. Ist ja jetzt hier eigentlich wirklich nur der Himmel. Sowohl der gespiegelte Himmel als auch der echte Himmel. Und jetzt haben wir hier schon ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde, wo wir gut drauf aufbauen können. Und ich gehe jetzt nochmal in die Farbtemperatur rein. Weil ich nämlich glaube, dass wir das ganze Bild noch ein bisschen wärmer machen können. Es war ja auch wirklich schon eine schöne Herbststimmung. Also die Blätter sind noch nicht runtergefallen. Aber es war schon so, ich glaube, es war Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober so ungefähr. Und ich würde das Ganze natürlich gerne von der Farbigkeit her noch so ein bisschen so zur Geltung bringen. Dass wir hier auch das Grün noch so ein bisschen einfärben Richtung Gelb. Das können wir dann gleich alles noch ein bisschen genauer machen. Insgesamt, finde ich, könnten wir auch die Weißwerte noch ein bisschen anheben, damit wir das Histogramm auch wieder voll ausnutzen. Deswegen ziehe ich dir jetzt hier mal schön weit rüber. Du siehst auch gleich, wie viel mehr zum Strahlen dieses Bild kommt. Also die Weißwerte hier, die können wir wirklich relativ stark aufhellen, ohne dass wir jetzt den Himmel ausbrennen lassen wollen. Aber so auf plus 70 kann ich die schon packen. Und vielleicht auch insgesamt ein kleines bisschen Belichtung noch rein. So auf 0,3 ungefähr. Das sieht ganz gut aus. Jetzt können wir die Weißwerte vielleicht wieder ein kleines bisschen zurücksetzen. So auf plus 60 sollte ausreichen. Aber dann sieht man auch schon wieder, wie viel schönen Kontrast wir jetzt gerade aufgebaut haben, ohne überhaupt den Kontrastregler anzufassen. Darum kümmern wir uns sowieso später auch noch genauer. Ein kleines bisschen würde ich jetzt tatsächlich auch noch die Tonung mit reinbringen. Also so ein bisschen Magenta-Töne, nicht zu viel. Da muss man aufpassen, dass es jetzt nicht zu rosa wird. Aber so auf plus 5 setze ich die schon ganz gerne. Und die Temperatur vielleicht noch ein kleines bisschen weiter nach oben. So ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Dann arbeiten wir mal weiter an der Farbigkeit. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, also ich will die Herbsttöne noch so ein bisschen hier hervorbringen. Und deswegen gehe ich als nächstes mal in die Kamerakalibrierung rein. Und hier habe ich ja meine Primärwerte Rot, Grün und Blau. Und die Primärwerte Blau, das ist ja mal so der erste Regler, den ich anfasse. Wenn ich den jetzt weiter nach links ziehe, dann wird das ganze Bild auch so ein bisschen rötlicher wieder. Darf man hier auch wieder nicht zu doll machen. Aber du siehst schon, in welche Richtung das Ganze geht. Da würde ich jetzt einfach mal den Regler so auf minus 10 setzen. Und gleichzeitig auch die Rotwerte so ein bisschen mehr Richtung Gelb, Orange ziehen. Das kann man hier sogar ein bisschen doller machen. Damit wir hier auch wirklich schön diese Wolken, guck mal wie viele Details da eigentlich drin stecken. Wie viele Details wir aus diesem Bild herausholen können. Wie das eigentlich aussah. Also so sah es halt wirklich aus. Und das kann man halt, wie gesagt, auf der Kamera gar nicht so gut darstellen. Das muss man halt dann später in der Bildbearbeitung machen. Aber es war ein unfassbar schöner Sonnenaufgang. Das kann ich nur immer wieder betonen. Und dann auch die Primärwerte Grün, die ich jetzt mal so ein bisschen weiter Richtung Gelb ziehen kann hier noch. Und guck mal, wie wir jetzt hier diesen herbstlichen Look hinbekommen. Wenn ich die jetzt mal so auf minus 30 stelle. Allein jetzt die Kamerakalibrierung. Vorher. Und nachher. Das sieht schon echt gut aus. Und jetzt würde ich insgesamt die Sättigung von den Blauwerten hier noch ein bisschen nach oben setzen. So auf plus 30 ungefähr. Jetzt haben wir hier schon einen richtig tollen Look, wie ich finde. Jetzt ist es wieder so. Jetzt könnte ich wieder in die Maske reingehen. Und den Himmel noch ein bisschen. Da werde ich mal mit dem Himmel komplett anfangen. Den Himmel hier noch so ein bisschen weiter abdunkeln. Weil er mir jetzt wieder ein bisschen zu hell geworden ist. Packen wir es mal so auf plus. Ne, auf minus 0,75. Ja, jetzt sieht es wieder besser aus. Also das ist jetzt immer so ein Vor- und Zurückspiel einfach. Wenn man das eine verändert, dann muss man wahrscheinlich auch wieder reingehen und das andere so ein bisschen verändern. Also da kann ich dich nur ermutigen immer dazu, deswegen auch die Masken richtig zu benennen. Damit man dann halt auch wirklich immer noch einen Überblick hat, welche Maske man dann jetzt hier wirklich bearbeiten möchte. Genauso gehe ich jetzt in den Himmelverlauf nochmal rein. Mach den auch nochmal ein bisschen dunkler. Dass wir hier oben einfach das Ganze noch so ein bisschen abgedunkelter haben. Sehr schön. Das sieht auch richtig schön aus. Und diesen Himmelverlauf, den kann ich jetzt mal noch ein bisschen weiter bearbeiten. Da gebe ich jetzt mal noch so ein bisschen Kontrast mit rein. Und die Schwarzwerte werde ich jetzt hier mal noch so ein bisschen dunkler machen. Jawohl. Und damit machen wir den ganzen Himmel hier noch so ein bisschen dramatischer. Also die Wolken hier oben arbeiten wir dadurch noch ein bisschen besser raus. Genauso könnte ich jetzt hier unten auch in der Spiegelung, hier Himmel gespiegelt, da ist es. Auch hier könnte ich jetzt nochmal reingehen und auch hier die Schwarzwerte noch so ein bisschen runterziehen und ein bisschen mehr Kontrast rein. So langsam gefällt mir das Bild schon richtig gut, muss ich sagen. Ich bleibe jetzt mal auch gleich hier in der Maskensektion drin, weil ich jetzt hier eine weitere Maske hinzufügen möchte. Und zwar werde ich jetzt hier noch so ein bisschen den Nebel verstärken. Man sieht ja hier sehr schön, dass wir hier Nebel über dem Wasser hatten. Und das Ganze möchte ich jetzt noch so ein bisschen herausarbeiten. Und dafür nehme ich jetzt hier mal einen Radialverlauf und ziehe den jetzt hier mal genau über diesen Punkt hier so rüber. Ich mache das Ganze hier ein bisschen weiter runter. So, habe auch hier die weiche Kante auf plus 100 gesetzt. Und jetzt werde ich hier einfach mal anfangen Dunst entfernen herauszunehmen. Das heißt, ich packe wieder so Dunst entfernen so ein bisschen mit dazu. Und jetzt schau mal, was hier passiert. Also dieser Nebel, der wird auf einmal richtig stark. Das sieht richtig gut aus, wie ich finde. Man darf es jetzt natürlich auch hier wieder nicht übertreiben, aber so auf minus 55 setze ich den mal. Und jetzt könnte man natürlich noch hier gucken, hier oben kann man ihn noch so ein bisschen rausnehmen. Zack. Ja, aber das gefällt mir schon richtig gut hier. Dass wir hier in der Ferne noch so ein bisschen diesen Nebel verstärkt haben. Und im Vordergrund haben wir das Ganze noch ein bisschen entspannter hier. Also hier soll dieser Nebel nicht so drin sein. Dadurch gewinnen wir auch wieder so ein bisschen diesen 3D-Effekt einfach. Dann kommen wir mal zum nächsten Schritt. Ich möchte die Brücke noch so ein bisschen herausarbeiten. Und auch hierfür wieder eine neue Maske. Und ich werde hier diesmal den Objektepinsel quasi nehmen. Mit diesem Objektepinsel habe ich jetzt die Möglichkeit, bestimmte Sachen in dem Foto auszuwählen. Und in dem Fall ist das jetzt hier die Brücke, über die ich jetzt hier einfach mal so drüber male. Ich bin mal gespannt, ob Lightroom das gut erfassen kann. Weil natürlich haben wir jetzt hier nicht ganz so viel Kontrast drin. Ich schaue einfach mal, ob das funktioniert. Ob diese Brücke gut erkannt werden kann oder nicht. Ansonsten müssen wir da nochmal eine andere Möglichkeit finden. Aber es sieht echt gut aus. Also diese Brücke wurde hier echt gut erkannt. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel hingehen und mal mit der Klarheit hier noch so ein bisschen anfangen, die Brücke herauszuarbeiten. Klarheit mal auf plus 30 stellen. Den Kontrast hier noch so ein bisschen reinzusetzen. Und vor allem auch die Weißwert hier noch ein bisschen nach oben zu drehen. Das sieht richtig gut aus. Und damit gewinnt die Brücke natürlich auch nochmal so ein bisschen an Stärke. Und sieht einfach ein Stück weit nochmal besser aus. Jetzt würde ich insgesamt gerne noch ein bisschen Kontrast in das Bild reinbringen. Und deswegen möchte ich jetzt aber nicht hier in den Grundeinstellungen mit dem Kontrast arbeiten, sondern auch wieder Kontrast in den Mitteltönen aufbauen. Und dafür erstelle ich wieder eine neue Maske und sage Luminanzbereich. Denn ich möchte hier also nur die Mitteltöne auswählen. Deswegen nehme ich jetzt hier mal die dunklen Bereiche des Bildes raus. Schiebe jetzt das Ganze mal hier auf 35. Und hier in den hellen Bildbereichen nehme ich auch die hellen Bildbereiche raus. Und schiebe das Ganze hier auf 65. Die weiche Kante kann ruhig bis zum Rand jeweils gehen. Das ist okay. Aber man sieht jetzt hier sehr schön, dass ich zum Beispiel den Himmel rausgenommen habe. Oder auch die ganz dunklen Bildbereiche sind jetzt hier auch nicht mehr so stark vertreten. Und jetzt kann ich hier mal den Kontrast nach oben schieben. Und damit schönen Kontrast in den Mitteltönen aufbauen. Auch nicht zu doll natürlich. Ich packe ihn mal so auf plus 25. Jetzt müssen wir die Masken hier mal wieder umbenennen, damit ich hier auch weiter drin bleibe. Also das war hier die Maske Nebel. Dann haben wir hier die Brücke gehabt. Und jetzt haben wir hier unser Mittelton-Kontrast gehabt. Kontrast-Mitteltöne nenne ich das Ganze mal. So. Und dann wissen wir auch wieder Bescheid, was wir hier eigentlich gemacht haben. Wenn ich jetzt mal nur das Masken-Panel hier ein- und ausblende, so sah das Ganze ohne Masken aus. Und so sieht das Ganze mit Masken aus. Also diese Masken, die machen schon hier wirklich einen Großteil der Bearbeitung aus, muss man sagen. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt ist es natürlich noch so, dass ich so ein kleines bisschen Dodge & Burn hier betreiben könnte. Das heißt, ich möchte also helle Bildbereiche noch ein bisschen heller machen, dunkle Bereiche noch ein bisschen dunkler. Und dafür werde ich jetzt hier wieder eine neue Maske erstellen, einen Radialverlauf aufziehen. Und zum Beispiel mal hier so auf einzelne Baumspitzen und so weiter so ein bisschen gehen. Und die so ein bisschen heller oder dunkler machen. Und dafür gehe ich jetzt hier einfach mal drüber. Jetzt ist ganz wichtig, ich werde jetzt hier wieder eine Schnittmenge bilden. Und diesmal hier den Luminanzbereich wieder auswählen. Und ich möchte jetzt hier wirklich nur die hellen Bildbereiche drin haben. Jetzt gucken wir mal. Ich ziehe jetzt mal die dunklen Bereiche hier so ein bisschen raus. So. Ich möchte also wirklich nur den Baum drin haben. Jetzt ziehen wir das Ganze mal wieder so ein bisschen rein. Und die ganz hellen Bereiche, die müssen natürlich auch raus, dass der Himmel jetzt hier nicht so davon beeinflusst wird. Jetzt kommen wir dem Ganzen hier schon ein bisschen näher. Das ist jetzt hier wirklich auch wieder Feinstarbeit, dass man das genau auswählt, dass man jetzt hier nicht zu viel macht. Und jetzt kann ich anfangen hier zum Beispiel mal die Belichtung noch ein bisschen nach oben zu drehen. Das Ganze noch ein kleines bisschen wärmer zu machen. So als würde die Sonne da so ein bisschen noch drauf fallen. Genau. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier auch wieder eine schöne Separierung drin. Von der Brücke, die ein bisschen dunkler ist. Im Hintergrund dieser Baum, der jetzt wieder ein bisschen heller ist. Dadurch gewinnen wir guten Kontrast in dem Bild. Das Ganze wird schön separiert voneinander. Und das gefällt mir am Ende richtig gut. Das können wir hier auf der Seite jetzt mit dem Baum hier auch noch so ein bisschen machen. Ich fange jetzt hier mal an, das wieder umzubenennen. Ich nenne das jetzt hier mal Baum rechts. Und jetzt werden wir eine weitere Maske hier erstellen. Wie viele Masken haben wir hier schon erstellt? Also das ist ja unfassbar. Und machen das Ganze jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Zack. Ziehen das Ganze jetzt hier wieder rüber. Über diesen Baum. Und auch hier werde ich jetzt wieder mit einer Schnittmenge arbeiten. Mit einem Luminanzbereich. Und werde jetzt hier auf jeden Fall mal die hellen Bildbereiche rausnehmen. Ja, dass jetzt der Himmel auf jeden Fall schon mal nicht mit drauf ist. Das ist wichtig. Die ganz dunklen Bildbereiche nehmen wir mal auch raus. Und auch das ist jetzt hier wieder wirklich Try and Error, sage ich immer dazu. Ja, diese Brücke, die möchte ich natürlich da jetzt nicht ganz so intensiv mit drin haben. Deswegen nehme ich jetzt hier den radialen Verlauf nochmal. Ich werde den jetzt hier noch so ein bisschen rausziehen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wir können natürlich die Maske danach immer noch so ein bisschen bearbeiten. Aber grundsätzlich jetzt hier erst mal wieder den Baum ein bisschen heller ziehen. Auch hier wieder ein kleines bisschen die Farbtemperatur noch ins Wärmere. Und schau mal, wie viel Informationen wir hier auf einmal noch rausbekommen. Wie das auf einmal separiert aussieht von dem Rest. Das ist halt genau das, was ich meinte, was halt richtig gut am Ende aussieht. Das Ganze nennen wir jetzt hier wieder um in Baum links. Und dann blende ich die ganze Masken-Thematik hier nochmal aus. Und ich blende sie wieder ein. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Vorher, nachher. Schau mal, was wir aus diesem Bild hier schon gemacht haben. Was jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist hier unten. Hier müssen wir noch so ein bisschen bereinigen. Das sieht natürlich noch nicht so gut aus. Und deswegen gehe ich jetzt als nächstes hier in das Separatur-Kit mal rein. Nehme jetzt hier auch den inhaltsbasierten Entfernen-Pinsel, wenn man den so nennen kann. Und vorher werde ich mal in das Bild natürlich noch reinzoomen. So. Jetzt wählen wir das Ganze hier nochmal an. Und stellen jetzt die Größe des Pinsels hier noch entsprechend ein. Ich packe ihn mal so auf 20 Pixel ungefähr. Und jetzt klicke ich hier einfach einmal drauf und lasse das Ganze jetzt hier analysieren von Lightroom. Das dauert jetzt natürlich. Das ist jetzt wirklich sehr rechenintensiv. Ich bin mal gespannt, wie gut das mein Rechner jetzt verkraftet. Auch gleichzeitig noch mit der Bildschirmaufnahme. Also da wird das Ganze jetzt wahrscheinlich ein bisschen langsamer werden. Aber das ist natürlich jetzt eine Sache, die sollte man noch gut machen. Das macht das Bild am Ende natürlich zu dem, was es dann im Endeffekt ist. Dass wir hier wirklich eine cleane Spiegelung drin haben. Ohne diese ganzen Spots hier drin. Und da lassen wir jetzt Lightroom gleich einfach mal ein bisschen rechnen. Und dann zeige ich dir natürlich am Ende das Endergebnis. Aber natürlich, klar, das macht das Ganze jetzt hier wirklich tatsächlich ein bisschen langsamer. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen Großteil entfernt. Und ich überlege gerade den Spot hier. Den würde ich jetzt vielleicht auch noch rausnehmen. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall mal ein bisschen größeren Pinsel hier. Und mal schauen, ob das gut funktioniert. Man kann hier übrigens auch mit gerückter Maustaste drüber malen. Ja, dann hat man hier einen größeren Bereich. Dann kann das auch analysiert werden und rausgenommen werden. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, ist doch eigentlich auch ganz gut geworden. Okay, dann schließe ich das Ganze wieder. Und dann haben wir jetzt hier erstmal ein relativ gutes Ergebnis. Na klar, man kann jetzt hier noch ein bisschen weitermachen und das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Aber ich denke, du hast erstmal eine Idee dafür bekommen, wie das Ganze aussieht. Ich würde jetzt hier einfach nochmal ein Vorher-Nachher machen. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Und das alles wirklich nur mit Lightroom gemacht. Ich würde sagen, da haben wir ein richtig cooles Bild geschaffen. Du kannst es natürlich gerne nach deinen Wünschen noch erweitern und verfeinern. Aber ich für meinen Teil finde, dass das jetzt hier richtig cool geworden ist. Vielleicht gehe ich nochmal in die Grundeinstellung rein und mache es ein ganz kleines bisschen noch heller. Und ein kleines bisschen die Weißwerte noch nach oben, um das Histogramm jetzt hier noch ein bisschen weiter auszunutzen. Dann packen wir es vielleicht sogar auf plus 80. Ja, das gefällt mir noch besser. Also, das war dieses Bild. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und du kannst es ja, wie gesagt, jederzeit nachbearbeiten. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast so einen kleinen Einblick bekommen in den neuen Videokurs Lightroom für Landschaftsfotografen. Falls du da Bock drauf hast, einfach auch mal in der Videobeschreibung gucken. Dort kannst du ihn dir besorgen mit 20% Rabatt. Und ansonsten nochmal die kleine Erinnerung. Du kannst dich in Adventskalender natürlich anmelden. Auch für heute für die Verlosung noch. Morgen werden die Gewinner bekannt gegeben. Und dann für alle weiteren Tage bist du dann auch automatisch angemeldet. Ich freue mich da drauf. Wir sehen uns morgen schon wieder beim nächsten Video. Bleib dabei und dir eine schöne Weihnachtszeit. Bis morgen. Ciao. Ciao.